So, hallo liebe Growth Marketer, hierzu ein weiteres Video von Erkan und mir. Dieses Video wird auch wieder ein Erfahrungsbericht sein, tatsächlich aus den letzten 3-4 Monaten, wo wir gemeinsam telefoniert haben und ein paar Dinge festgestellt haben, die aktuell nicht 100% stimmen, um wirklich 100% Gas zu geben. Also es gab so ein paar Dinge, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Die haben nicht so ganz gepasst aktuell, was das genau ist Erkan. Vielleicht fängst du einmal kurz an und startest dann direkt mal in das Thema rein. Vielleicht kennt das ja jeder, wenn das Thema Remote-Arbeit oder man sollte sich unbedingt ein Büro holen, für den Vertrieb oder für die Marketer, für die Agenturdienstleistung, wenn man tätigt, damit man auf jeden Fall seriös wirkt, damit man Geld verdient, damit die Mitarbeiter sozusagen vor Ort sind und damit man genau weiß, dass sie auch wirklich arbeiten. Und das waren auf jeden Fall auch so teilweise unsere Glaubenssätze, wo wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt ein Büro, damit wir Geld verdienen, damit wir seriös wirken, damit das Unternehmen läuft. Das war unser großer Glaubenssatz und den haben wir auch versucht, unsere Mitarbeitern einzutrichtern. Und wir haben auch natürlich Mitarbeiter angezogen, die genau das Gegenteil waren. Das heißt, die waren nicht gerne im Büro, also teilweise schon, so ein 50-50-Ding. Aber es waren auch viele Leute, wo wir gesagt haben, ey, die sind gut, aber die wohnen in München, in Berlin, in Stuttgart und die haben wir jetzt nicht bei uns gehabt. Aber wir wollten die unbedingt haben und das waren trotzdem super Mitarbeiter, die entsprechend mit uns viel Spaß hatten und wir auch geile Resultate geliefert haben. Und das wäre, wenn wir diesen Weg gegangen wären, nur auf Büro, wäre es nicht so geil gewesen. Das heißt, wir würden sehr viele Mitarbeiter auch wieder abstoßen, die eventuell für unser Unternehmen passen würde. Und das war unser starker Glaubenssatz. Das heißt, wir haben den Glaubenssatz gehabt, trotzdem Mitarbeiter eingestellt und haben uns darüber abgefragt, dass sie nicht vor Ort waren. So, und was hat dann unsere innere Stimme gesagt, Marco? Ja, also wir hatten wirklich einen harten Glaubenssatz in uns drin. Also wir haben ja wirklich in jedem Bewerbungsgespräch immer gesagt, komm nach Köln. Oder wir haben uns immer, wir haben ja immer freitags ein CEO-Meeting und dann sagen wir uns immer, jeder Mitarbeiter muss vor Ort arbeiten, im besten Fall Vollzeit, weil uns das alles eingetrichtert worden ist und wir haben das echt lange versucht durchzuziehen. Aber irgendwie haben wir bei uns drin immer wieder selber gemerkt, Warte mal, irgendwas fühlt sich nicht 100% stimmig an. Selbst ich hatte keinen Bock irgendwann. Also vielleicht kennt man es, man wacht morgens auf, geht ins Büro, dann sieht da alles gleich aus. Auch wenn unser Büro recht schick ist tatsächlich und wir uns das versucht haben, so geil wie möglich einzurichten. Geht abends wieder zurück, vor allem im Winter ist es dunkel und man hat gefühlt den ganzen Tag nichts gemacht. Man hat nur Dunkelheit gesehen und den ganzen Tag gearbeitet. Und wenn man das dann halt 24-7 macht oder 6 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche und keinen passenden Ausgleich hatte, haben wir schon gemerkt, wo unsere Energie geht gerade in den Keller. Wir leben hier gerade nicht, mal gerade ganz plump gesagt, unser volles Potenzial, obwohl wir eigentlich immer sehr viel Gas gegeben haben. Und irgendwas war unstimmig. Ich glaube, was dann halt auch irgendwann unstimmig war, ist, Marco war auf einmal zweieinhalb Monate in Portugal, weil es wieder ein Freiheitsdrang in mir drin war. Und ich auch mal raus musste hier aus Köln, raus musste aus diesem Umfeld, um mal neue Reize zu bekommen, mehr Kreativität zu bekommen, auch wieder nach der Arbeit besser abschalten zu können, um am nächsten Tag wieder effizient und energievollt arbeiten zu können. Und ich glaube, dann haben wir einen Anruf gehabt, Erkan, wir haben miteinander telefoniert. Erzähl mal davon, ich weiß gar nicht mehr, ob du mich angerufen hast oder ob ich dich angerufen habe. Ich bin hier, unser Büro ist direkt am Stadtwald hier und dann war ich mit meinem Cousin unterwegs, weil der war hier im Büro, hat die Masterarbeit geschrieben und dann war ich hier alleine im Büro mit der Assistenz und das war aber so, dass mir trotzdem das Gefühl gefehlt hat, hier vor Ort, das war tatsächlich so, also da hat mir Marco gefehlt, die Mitarbeiter gefehlt, weil es waren drei Leute dann in Portugal und dann war mein Cousin dann da, wir sind rumgegangen und ich denke mir so, boah Marco, der ist jetzt in Portugal, ich bin jetzt hier, ich schaue hier draußen auf die Straßenbahn und ich höre jede zehn Minuten die Straßenbahn und Marco hört das Meeresrauschen, das an ihm vorbeizieht, er kann jeden Tag mit den Mitarbeitern Volleyball spielen und da dachte ich mir so, Erkan, du bist eigentlich finanziell frei, aber du fühlst dich wie so ein Vogel, der fliegen kann, überall hinfliegen kann, weil diese Arbeit, die wir ja machen, die kann ich ja von überall aus machen. Oder ich brauche nur eine Internetleitung, ich brauche mein Equipment. Aber ich habe mich wie ein Vogel gefühlt, der aber in einem kleinen Käfig war und die Tür war offen und ich wollte rausfliegen, aber dachte mir so, ne, im Käfig, da ist das die Sicherheit, wo ich mein Unternehmen standhaft behalten möchte. Und dann habe ich auch Marco gesehen, wie viel Spaß er hatte, wie er aufgegangen ist, wie er aufgeblüht ist. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Da habe ich zu meinem Cousin gesagt, das kann doch nicht sein. Ich rufe dann Marco an und dann ist dieses Thema entstanden. Da habe ich gesagt, ey Marco, ich fühle mich wie ein Vogel, der in einem Käfig ist, wo die Tür offen ist und ich fliege einfach nicht raus. Ich will am liebsten auch einfach mal wegfahren, aber ich weiß nicht warum. Und ich gönne es dir, dass du jetzt in Portugal bist, aber ich will jetzt auch irgendwie weg sein. Und dann, was habe ich dann gemacht? Ich habe dann mit meiner Freundin gesprochen. Wir haben jetzt, also wir haben seit Längerem schon einen Sohn, da bin ich sehr glücklich drüber. Aber da ist es so, dass wir jetzt nicht einfach irgendwo hinfliegen können, wie bei Marco. Seine Freundin ist jetzt auch bei uns, also schon eine, die zweite oder dritte Mitarbeiterin von uns. Also sehr frisch, sie ist schon sehr lange in unserem Unternehmen, einer der besten Funnelbilder, die ich kenne. Und er kann dann natürlich mit seiner Freundin einfach rüberfahren und mit ihr gemeinsam arbeiten. Und dann ist ein Mitarbeiter noch zusätzlich mitgekommen. Das heißt, da hatte er ja eigentlich so eine Community. Und ich so, okay, ich muss mein Kind mitnehmen und meine Freundin. Und wie mache ich das denn am besten? Okay, ich habe dann auch meine Schwiegermama mitgenommen, damit sie beschäftigt sind, ich in Türkei arbeiten kann. Und ich dann eigentlich meine Ruhe haben kann. Sorry, Schatz. Es gibt Ärger. Und das bleibt drin. Ja, und das war das Thema, wo ich gesagt habe, okay, dann muss ich die Schwiegermama mitnehmen. Dann können sie verreisen und überall in Türkei weggehen. Und ich kann dann schön am Nachmittag dann auch an den Strand gehen, morgens an den Strand gehen mit meinem Sohn spielen. Und bin dann auch in die Türkei gefahren für drei Wochen. Wir haben da ein Sommerhaus. Und es hatte natürlich ein paar Einschränkungen im Verhältnis zum Büro, ganz klar. Das heißt, da hat man nicht die Community. Also ich hatte nicht die Community, Marco in Portugal schon, weil er da ein Büro hatte. Ich hatte das nicht. Aber es hatte natürlich andere Vorteile, wie du warst sehr nah an der Familie. Du konntest abends oder nachmittags zum Strand gehen. Du bist jeden Abend essen gegangen, weil Türkei ist jetzt auch im Verhältnis zu Deutschland sogar für Restaurants richtig günstig. Das heißt, es hat sich gefühlt gar nicht gelohnt zu kochen. Wir sind um 22 Uhr jeden Abend nach Hause gegangen, anstatt Netflix zu schauen. Keine Ahnung, ob es eine Doku ist oder irgendwas anderes. Da sind wir einfach rausgegangen und haben Erlebnisse geschaffen. Und es hat sich dann wieder irgendwie schön angefühlt, etwas freier zu sein. Und natürlich war das mit dem Internet manchmal nicht so schön. Und mit der Zeitverschiebung, wobei es nur eine Stunde Zeitverschiebung war. Ja, war gar nicht schlimm. Also operativ hat man das nicht gemerkt. Genau, aber natürlich ist es so, wir haben zum Beispiel unsere Coaching-Calls, da waren die anstatt um 17 Uhr, dann waren die um 18 Uhr, dann gehen die mal bis 19.30 Uhr. Mal ging das Internet nicht so gut. Das heißt, das kann man auch ein bisschen optimieren. Aber grundsätzlich war das eine richtig nice Erfahrung, wo ich gesagt habe, ey, das will ich nochmal erleben. Und ich sage mal so, für Marco und für mich und auch für unsere Mitarbeiter ist das kein Problem. Vorausgesetzt, es werden Resultate geliefert, man delivered und man hat keine große Einschränkung und hat auch gutes Internet. Und wir stehen für Ergebnisse. Und wenn unsere Mitarbeiter Ergebnisse liefern, wenn wir Ergebnisse liefern, dann ist mir egal, wo wir wohnen, Hauptsache, wir können dann entsprechend für unsere Kunden, für uns sehr gut arbeiten. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, vielleicht kamen das die ersten sieben Minuten nicht rüber. Wir haben auch richtig Gas gegeben. Also wir waren jetzt nicht nur in Portugal oder du warst nicht in der Türkei und warst dann acht Stunden am Meer, sondern du warst dann acht, neun, zehn Stunden auch am Arbeiten. Und das haben wir ja genauso gemacht. Auch wir sind morgens direkt ins Coworking-Space, haben produktiv und effektiv gearbeitet. Der einzige Unterschied ist, dass wir nach der Arbeit circa 18 Uhr, 17 Uhr zum Beachvolleyball gegangen sind und unseren Kopf freigemacht haben und wieder mehr Energie hatten am nächsten Tag. Das heißt, das ist immer Grundvoraussetzung bei uns. Es war auch bei uns tatsächlich so, dass jetzt in Portugal Leute auf uns zugegangen sind. Der IMAT, der hat ein Investment, ein gutes Investment bekommen aus England und baut ein Startup auf. Und meinte, Marco, ich beneide euch, weil es gibt zwei Arten von, nennen wir sie mal, digitale Nomaden oder Leute, die reisen und arbeiten. Die einen, die reisen extrem viel und wollen einfach die Freiheit genießen, können sich aber gerade so über Wasser halten. Und ihr kombiniert das aber beide. Ihr arbeitet richtig viel, ihr verdient viel Geld und genießt aber dann noch die Freiheit und ihr macht es genau richtig. Also genau das, was ihr macht, ist gut. Ob richtig oder falsch, muss jeder am Ende für sich selber wissen. Aber das ist unser Weg, weil wir immer noch Gas geben wollen. Wir sind Umsetzer, Praktiker, wollen uns die Hände dreckig machen und auch natürlich Ergebnisse erzielen. Wie ist es denn allgemein, jetzt mit einem Mitarbeiter und mit deiner Freundin in Portugal zu sein? Weil ich hatte jetzt meine Familie mit. Da gibt es Vor- und Nachteile. Natürlich hatte ich immer Essen und das war schön und so weiter. Aber wie ist es denn für die anderen, wenn ein Mitarbeiter da ist und die Freundin, die natürlich auch Mitarbeiter ist? Freundin ist überhaupt kein Problem. Kann man vielleicht irgendwann mal eine separate Folge zu machen, wie das Ganze läuft? Vielleicht auch sogar mit ihr, wenn sie Lust drauf hat. Mitarbeiter war auch kein Problem. Bei dem Mitarbeiter war es natürlich jetzt der Fall, dass wir schon eine längere Zeit befreundet sind. Über mehrere Jahre sogar auch. Ich glaube, seitdem wir 15 sind oder so. Deswegen war das sehr entspannt. Aber wir schaffen es alle drei sehr harmonisch, auch in dieser Konstellation sehr effektiv zu arbeiten. Es erfüllt uns sogar mehr, weil wir viel mehr Spaß haben, gemeinsam zu arbeiten und im Team geile Ergebnisse zu kreieren. mit Menschen, die man gerne mag. Weil ich baue kein Unternehmen auf und du ja genauso wenig ärgern mit Menschen, auf die du keinen Bock hast, die aber gut sind. Also wir wollen auch irgendwie, wir wollen gute Leute, aber auch Leute, mit denen wir Spaß haben, weil wir verbringen gefühlt mit den Leuten auf der Arbeit fast mehr Zeit, als mit unserer Familie tagsüber. Und dann sollten wir wenigstens über den Tag verteilt darauf schauen, dass wir Leute haben, die trotzdem geiles Mindset haben, aber auch trotzdem umsetzen wollen, Bock auf Ergebnisse haben, nicht hinterm Rücken lästern oder sonst irgendwas. Da achten wir auch bei der Personalauswahl immer extrem drauf. Ja, cool, cool, cool. Genau, dann kurz zum Anruf. Ja, ich wollte nochmal kurz zum Anruf kommen, weil dann war, Erkan und ich telefonieren, er erzählt mir von dieser Käfig-Story und ich sage einfach, ja, mach doch einfach. Was hält dich denn davon ab? Dann waren so hier die Einwände, der Glaubenssatz, der musste dann so ein bisschen gelöst werden. Da haben wir dann gemeinsam irgendwie ein Gespräch gemacht und haben dann auch nochmal festgestellt, was war denn der Grund, warum wir angefangen haben, uns erstmal selbstständig zu machen? Früher, vor mittlerweile acht Jahren fast so gefühlt. Ja, es war immer Freiheit. Wir wollten immer Freiheit leben, aber wir wollen doch nicht 24-7 arbeiten, um dann in Zukunft irgendwann Freiheit zu haben, weil, wenn wir uns unseren Ist-Zustand anschauen, wir verdienen gutes Geld, wir können ortsunabhängig arbeiten, lass doch beides gleichzeitig machen und das integrieren. So, das heißt, wir haben festgestellt, unser Wert, warum wir eigentlich angetreten sind, hat nicht dazu gepasst, wie wir gerade gelebt haben. Das heißt, wir waren energieloser statt energievoller und konnten auch auf der Arbeit nicht 120% geben, sondern nur vielleicht 99%, die wir dann gegeben haben. Aber da ist dann definitiv am Ende mehr möglich gewesen. Und dann, ganz spannend gewesen, haben wir uns eine Liste gemacht von unseren Mitarbeitern. So, das waren dann, ich glaube, zehn Stück zu dem Zeitpunkt und haben festgestellt, eigentlich sind ja nur vier in Köln und die anderen sechs, die sind in Deutschland oder Europa verteilt. Also, irgendwas stimmt hier von der Kommunikation gar nicht. Wir selber wollen nicht diese fixe Strukturen und, ja, um die besten Mitarbeiter mal ganz transparent auch zu ziehen, ja, wenn da jetzt jemand ist in Stuttgart und ich will unbedingt mit dem arbeiten, weil der einfach eine krasse Fähigkeit hat und menschlich auch super ins Team passt, ja, why not? Dann soll der doch aus Stuttgart arbeiten. Ich zwinge ihn doch dann nicht nach Köln. Dann ist er in seiner Energie drinne. Er kann richtig Gas geben. Er ist glücklich, kann deliveren und hat das Gefühl, bei einem geilen Arbeitgeber zu sein, der attraktiv ist und auch seine Ziele mit erreichen möchte. Und wir haben einen guten Mitarbeiter, der top motiviert ist und im besten Fall auch langfristig bei uns bleibt. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, man zieht dadurch auch bessere Mitarbeiter an, vorausgesetzt, das stimmt dann auch mit den Werten. Das heißt, wenn du auch denkst, du bist ein guter Mitarbeiter, und hast Bock auf das Thema Growth Marketing, kennst du mit Ads aus, mit Funnels aus und hast eventuell schon eine Führungsposition in anderen Unternehmen gehabt, ist es vielleicht auch relevant, sich bei uns zu bewerben und mit uns in Kontakt zu treten. Das ist auch möglich. Wir merken ja auch immer, Erkan ganz transparent, dass wir immer attraktiver werden als Arbeitgeber. Also ich meine, wir werden größer, wir haben mehr Mitarbeiter, der Umsatz ist nicht schlecht, würde ich jetzt sagen. Das macht Spaß. Und immer, wenn wir in Gesprächen führen, wir wollen ja keine Leute abwerben oder so, aber also, wenn wir jemanden haben wollen, dann haben wir eigentlich gefühlt kein Argument, warum wir ihn nicht bekommen sollten. Also wir können Ortsunabhängigkeit bieten, wir können Freiheit bieten, wir können aber Ergebnisse bieten, in dem Ziel arbeiten und an richtig geilen Rekord-Launches mit zusammenarbeiten. Wir können richtig Remi-Demi sorgen, wir haben eine gemeinsame Vision ja immer wieder, die wir dem Team kommunizieren, dass wir etwas langfristig hier in der Welt bewegen wollen, indem wir verschiedensten Leuten mit Marketing einfach helfen. Gehaltstechnisch sind wir, würde ich sagen, verdienen unsere Mitarbeiter jetzt nicht schlecht. Das ist auch sehr, 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 voll in Ordnung und ja, es ist halt geil, wenn du dich irgendwann, also wir backen so gefühlt unser Traumunternehmen, in dem wir immer arbeiten wollten, aber auch dann anderen Leuten die Möglichkeit geben mit uns gemeinsam, richtig geil ist, was zu erreichen. Du sagst ja voll in Ordnung, also hätte ich das Geld verdient bei anderen Unternehmen, wäre ich wahrscheinlich da geblieben. Also bei uns, wenn einer 100% Verantwortung gibt und richtig Gas gibt und wie so ein Unternehmer handelt und sagt, ey, wenn wir das machen, können wir mehr Geld und so weiter und machen wir mehr Umsatz oder können wir bessere Kundenergebnisse liefern und handelt wirklich 100% verantwortlich, dann verdient der nicht nur okay Geld, sondern verdient auch sehr gutes Geld und kann auch mit dem Unternehmen gemeinsam mitwachsen. vorausgesetzt, man gibt dann 100% Gas und 100% die Verantwortung ist dann sozusagen, also kann, sag ich mal, mehr Impact reinnehmen, als er kostet. Das ist immer das Wichtige. Also ein Mitarbeiter soll nicht was kosten, sondern soll eine Investition sein, dass er im Endeffekt noch mehr rausholt im Unternehmen. Ich glaube, da haben wir auch lange für gebraucht, um das zu begreifen. Wir waren ja am Anfang sehr sparsam unterwegs, um einfach aber auch gesund Liquidität aufzubauen, um alle Mitarbeiter langfristig halten zu können. Das ist uns ganz gut gelungen. Mittlerweile sehen wir schon den Hebel, wenn du in gute Leute investierst, dass du langfristig auch mehr rausholst. Was ist jetzt unser Fazit? Also wie gehen wir jetzt vor? Ich meine, wir machen ja jetzt nicht 100% Remote, aber was machen wir jetzt? Wofür haben wir uns entschieden? Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Wir haben uns entschieden, eigentlich beides zu machen. Das heißt, wir behalten unser Büro. Es bleibt eigentlich alles gleich, nur dass wir auch die Möglichkeit geben, dass man vor allem woanders arbeitet. Wichtig ist aber, dass die Zeitverschiebung, wenn wir jetzt in Amerika sind oder in Australien sind, wo die Zeitverschiebung extrem ist, das würden wir jetzt nicht so geil finden. Aber wenn die Zeitverschiebung ein oder zwei Stunden ist und man dafür Gas gibt, dann können wir auch sagen, hey, wir bieten auch mal Auslandsaufenthalte an, ob es Portugal ist, ob es Türkei ist, ob es Italien ist, irgendwas, was in der Nähe ist, würde ich sagen, wo es keine große Zeitverschiebung ist. Da bieten wir das für unsere Mitarbeiter an, als auch für uns an, dass wir auch mal von woanders arbeiten, vorausgesetzt, da ist gutes Internet, vorausgesetzt, man kann genauso gleich arbeiten wie vor Ort und gibt dann eigentlich noch mehr Gas, wenn man es beweisen möchte, dass man woanders auch arbeiten kann. Grundsätzlich ist aber unser Büro da, jeder kann in unser Büro kommen und unsere Assistenz ist hier und ja. Vor allem merkt man ja das Büro in Köln, ich glaube, das würden wir erstmal nie aufgeben, weil der Unterschied von zu Hause arbeiten, also mir fällt irgendwann die Decke auf dem Kopf, ich mag es auch mittlerweile nicht mehr Privatleben und Beruf so zu trennen, ich mag eher die Trennung tatsächlich nicht, also ich mag es zu trennen, nicht zu vermischen mag ich nicht, aber die Trennung, die tut mental einfach so gut, du kommst abends nach Hause und du hast einfach Familie da, Freundin da, du dein Kind da, du gehst ins Büro und du weißt, hier ist jetzt 100% Arbeit, bist effektiv in den 8, 9, 10 Stunden, die wir hier sind und dann sind wir zu Hause und dann können wir uns voll und ganz auf uns und unser Privatleben konzentrieren. Das war echt nochmal ein Game Changer die letzten Jahre. Genau, also Büro, ich kann auch schwierig zu Hause arbeiten, wenn ich zu Hause bin, dann ist indirekt, hat man immer was, ja also da passiert irgendwas, gerade wenn du ein Kind hast, also wenn du ein Kind hast, dann ist Homeoffice nicht so geil, das heißt, du brauchst wirklich einen anderen Raum, am besten gar nichts hören, Kopfhörer auf und so weiter und das musstest du auch beim Remote Arbeit schauen, weil Marco hat sich zum Beispiel, wie heißt das, ein Remote Office geholt, ne, wie heißt denn die nochmal? Ein Coworking Space, also ich war in einem Coworking Space. Ein Coworking Space, genau, ein Coworking Space, da sind natürlich auch andere Unternehmer, da gibt es extra Telefonräume und so weiter, das heißt, man erschafft sich einen Raum, was so aussieht wie ein Büro und das sollte auch gegeben sein, dass man wirklich sich von dem normalen Haus, sag ich mal, ein bisschen abkapselt. Wenn einer das schaffen kann, ist gut, aber langfristig ist es immer schwierig, sag ich mal, wenn man das zwei, drei Jahre macht, dann fällt irgendwann mal die Decke auf den Kopf und man kann sich nicht so ganz konzentrieren, dann hängt man siebenmal am Kühlschrank und sagt dann, okay, was esse ich denn jetzt oder, ja, ist einfach so, also ich kenne das ja auch von mir selber, deswegen ist es immer gut, woanders hinzufahren, ob es vielleicht auch in einem Café ist und das sollte dann gegeben sein, dass man auch wirklich Vollgas geben kann. Also wir sind ja hier beim Growth Marketer Kanal, das heißt, wir wollen ja grundsätzlich immer, dass wir Unternehmen, Experten oder Ähnliches zum Wachsen bringen, das heißt, wir wollen immer, dass sie mehr Umsatz hinten rausholen, das ist uns immer ganz, ganz wichtig, was ist unser Learning, also wie können wir das Ganze drehen, das heißt erstens, definitiv, was sind deine eigenen Werte, was stellst du dir vor, um langfristig voll in dein Potenzial zu kommen und mehr Energie zu haben und mehr Gas zu geben, das war bei uns jetzt der Fall und vor allem aber auch das Team mehr mitzunehmen, das war uns wichtig. Zweite, hast du ein Zweites? Die Mitarbeiter nicht zu disqualifizieren, zu sagen, hey, wenn wir einen Mitarbeiter interessant finden und zur aktuellen Zeit ist es einfach so, dass die Leute oder die Mitarbeiter, sogar die ganz klassischen Mitarbeiter haben einmal das geschnuppert, ah, es geht ja auch Remote Arbeit und die Unternehmen sagen sich so, ja, eigentlich will ich das alle wieder zurückkommen oder andere sagen, ja, es ist gut, dann brauche ich weniger Büromiete, aber es gibt einige, die sagen, nee, die sollen alle wieder zurückkommen und die Arbeitnehmer sagen dann so, nee, ich will eigentlich Remote arbeiten, weil ich mag dieses Flexible, weil die Zeit halt ein bisschen flexibler geworden ist und deswegen sollte ein gutes Unternehmen grundsätzlich auch Remote anbieten und die Leute, die es nicht machen, werde ich jetzt sagen, die werden in fünf Jahren, nee, ich sage, in drei Jahren werden die das grundsätzlich anbieten müssen, ansonsten sind die kein attraktiver Arbeitgeber. Ja, also wirklich um die besten Mitarbeiter einfach zu ziehen, genau, um die besten Mitarbeiter zu ziehen, richtig geile, attraktive Arbeitgeber einfach zu sein, ist es für uns einfach genial, weil wie gesagt, ich wiederhole mich gerne da nochmal, wenn wir in Mitarbeitergesprächen sind und wir wollen jemanden haben, also wir können den mit jedem Argument bekommen. Cool, cool, cool. Okay, nice. CTA, CTA nochmal. Ja, eigentlich der passendste CTA wäre jetzt bewirblich bei uns. Ja, genau, also wenn du, wenn du Projektleiter bist, wenn du Funnel Builder bist, wenn du gute Ads schalten kannst, wir nehmen aber jetzt keine Anfänger an, das heißt, die Leute, die wirklich weiter sind, Erfahrungswerte haben und das auch nachweisen können und aber auch grundsätzlich Bock haben, langfristig mit uns zu arbeiten, dann könnt ihr euch gerne bei uns bewerben. Unten verlinken wir das entsprechend, wo ihr euch bewerben könnt und zur Not einfach mal bei Instagram uns anschreiben oder bei LinkedIn und dann treten wir in Kontakt. Genau, das dazu. Genau, geil, cool. Ich glaube, das reicht auch, 20 Minuten, eine kleine Erfahrung mitgegeben, die aber in die Mensen Hebel nochmal für den einen oder anderen sein kann oder ihn zum Nachdenken bringen kann. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Viel Spaß, viel Erfolg und nehmt die Learnings mit. Ciao, ciao. Ciao, ciao.